Herzlich willkommen im einstigen königlichen Privatpalais. König Wilhelm II. von Württemberg wäre heute 174 Jahre alt geworden. Ganz sicher hätte man ihn zu Lebzeiten bei Hofe hochleben lassen. Und genau das wollen wir drei heute tun. Unseren Gästen, die uns heute zuschauen, sei gesagt, mein Name ist Achim Lauer vom Museum der Stadt Stuttgart und ich freue mich sehr, Dr. Albrecht Ernst und Maren Volk als liebe Gäste vom benachbarten Hauptstaatsarchiv in unserem Palais begrüßen zu können. Gemeinsam präsentieren wir derzeit eine tolle Ausstellung über das Leben und Wirken des letzten württembergischen Monarchen. In dieser Ausstellung befinden wir uns auch tatsächlich jetzt zu Tisch vor dem Staatsporträt des Königs aus dem Jahr 1896. So, das Diner wird in Bälde serviert. Ich hoffe, es ist allgemein ein guter Appetit vorhanden und ich schenke Ihnen nun einen allen Ausgezeichneten, wurde mir gesagt, Weißburgunder vom königlichen Weingruth Monreport ein und hoffe, er möge uns munden. Es ist Zeit, seine königliche Hoheit hochleben zu lassen. Ja, aber zuvor möchte ich nun doch Ihnen, lieber Herr Lauer, danken für die freundliche Einladung. Wir haben ja nun gut nachbarschaftlich wirklich eine tolle Ausstellung an zwei Standorten präsentiert und nach getaner Arbeit, da haben Sie vollkommen recht, wollen wir auch gemeinsam anstoßen auf das vollbrachte. Prosit auf seine königliche Hoheit, Prosit auf uns. Jawohl, liebe Frau Volk, danke für die tolle Zusammenarbeit, lieber Herr Ernst. Salute. Was ist jetzt los? Ist noch jemand eingeladen? Nein, eigentlich nicht, aber Überraschungsgäste könnten... Ich komme uneingeladen, bin aber gerne hier anstelle des einstigen Hausherrn, an dem körperlich anwesend zu sein, mir nicht mehr vergönnt ist. Gestatten des Königsgeists. Das kann doch nicht sein. Was ist denn jetzt los? Wir haben doch noch gar nichts getrunken. Ist das versteckte Kamera? Ist das ein Witz? Eigentlich, das weiß ja kaum jemand von unserem Treffen. Und eigentlich wollte doch Württembergs letzter König nie mehr nach Stuttgart zurück und plötzlich hier? Merkwürdig. Lass uns überraschen. Mal kurz schauen, was passiert. Wenn er schon mal hier ist. Also, königliche Hoheit in unserer Reihe, willkommen. Ich sehe Sie nicht, das ist klar, Geister sieht man nicht, aber wir sind geehrt, fühlen uns beehrt und sind gespannt, was jetzt passiert. Königliche Hoheit, wir haben ein Diner gewählt, was möglicherweise zu Ihren Zeiten als König von Württemberg, auch ihnen gemundet hätte und der Hofgesellschaft, die sie feiert. Es ist angelegt in der Küche, uns mit Austern zu beglücken im ersten Gang. Es folgen englische Ochsen, Schweifsuppe laut dieser Speisekarte. Dann Rehrücken mit Kastanien und ein Käseschaumtörtchen. Und ein Käseschaumtörtchen darf nicht fehlen. Ach, wie habe ich eh dem solch erlesene Köstlichkeiten genossen. Aber auch ein echt schwäbisches Mahl. Sauerkraut mit Blutwurst wusste ich zu schätzen. Und erst die Schneckennudeln meiner Mama. Ach, ein Gedicht. Doch diese Zeiten sind vorbei. Als Geist lebt man genügsach. Deshalb sind sie für uns auch unsichtbar. Fast schon unheimlich. Aber zumindest haben wir ja Ihr beeindruckendes Staatsporträt vor Augen, in majestätischer Größe. Besten Dank für diesen Willkommensgruß. Ich war schon neugierig darauf, wie man 100 Jahre nach meinem Tod meiner gedenkt. Sogar mit einer großen Ausstellung. Bemerkenswert. Trinken Sie ruhig weiter und gerne auf mein Wohl. Also, salute meinst. Dem Gersten und dem Rebensaft hatte ich einst mit Plesier zugesprochen. Mitunter zu viel. Dann galt es, meinen biergetränkten Körper mit dem scheußlichen Getränk, das man Karlsbader Brunnen nennt, auszukurieren. Also, ich bin doch immer perplex. Württembergs letzter König unter uns. Spannend. Ausgerechnet hier in Stuttgart? Wahnsinn. Hatten Sie denn eigentlich schon Gelegenheit, sich Ihre einstige Residenzstadt ein bisschen genauer anzuschauen? Stuttgart? Eine einzige Baustelle. Überall wird gegraben, gepflastert, betoniert. Nur mit Mühe konnte ich mich orientieren. Zu viel hat sich seit 1918 verändert. Aber der Schlossplatz ist immer noch ein Juwel. Auch die Stiftskirche und Markthalle waren mir vertraut. Aber ganz sicher, königliche Hoheit, sind Ihnen diese Unmengen von Autos nicht vertraut, die heute die Straßen Stuttgarts füllen? Äh, ich weiß, Sie liebten das Auto. Aber das kann doch nicht vertraut sein. Nun ja, heute wimmelt es an Blechkarossen. Kaum ein freier Platz, wo man sie abstellen könnte. Aber ich will offen gestehen, ich gehörte zu den Ersten, die sich vor 120 Jahren ein Kraftfahrzeug anschafften. Was war das für ein Gefühl, wenn mein Auto im Hof des Schlosses umhertobte und seine Düfte durch den Garten sandte? Ich erinnere mich, dass wir für eine Fahrt von Stuttgart nach Karlsruhe drei Stunden brauchten. Auf der Rückfahrt bekamen wir einen Defekt, sodass wir in Mühlacker die Bahn besteigen mussten. Dennoch segnete ich die Erfindung des Autos und habe mich dem Automobilismus in die Arme geworfen. Es mag Sie erstaunen, aber ausgerechnet in Württemberg war man uns Automobilisten gegenüber eher unfreundlich gesonnen. Aber Sie konnten sich doch für die Fortschritte der Technik begeistern. Ich denke an die Luftschiffe über dem Bodensee, auch über Stuttgart. Das war weltweit etwas Einmaliges, made in Württemberg. In der Tat. Ich bewundere noch heute die Ausdauer und den Wagemut des Grafen Zeppelin. Wir kannten uns schon lange, als ich ihm das Gelände für den Bau von Luftschiffen überließ. Mancherlei Rückschläge musste er hinnehmen. Aber dann, dann war der Erfolg ein großartiger, vollständiger. Ganz Friedrichshafen stand unter dem Zeichen des Luftschiffs. Selbst der alte Kaiser von Österreich kam mit allem Trara und Klimbim solcher Potentatenbesuche, um das nie Dagewesene zu bestaunen. Es war überwältigend. 50 Kilometer Geschwindigkeit in der Stunde gegen Windstärke 8. Auf und nieder gehen nach Wunsch. Die Welt aus der Vogelperspektive nimmt sich sehr schön aus. Die Fahrt mit dem Zeppelin war in der Tat sehr genussreich und gab das Gefühl vollkommenster Sicherheit. Aber nicht nur in der Luft, auch für den Verkehr zu Lande wurde unter Ihrer Regierung ja einiges getan. In der Tat. In der Tat habe ich mich persönlich für den Neubau des Stuttgarter Hauptbahnhofs stark gemacht. Nach meinen Vorstellungen wäre es ein Durchgangsbahnhof geworden, um den internationalen Durchgangsverkehr über Stuttgart und die württembergischen Bahnen zu leiten. Dass noch heute Tausende von Reisenden unter meiner monumentalen Bauinschrift im Bonatsbau zu den Zügen eilen, ist mir eine Ehre. Mir scheint, dass während der Monarchie unheimlich viele Projekte auf den Weg gebracht wurden, die auch heute noch ihre Bedeutung haben. Die Stadt wuchs rasant, Stuttgart, aber auch im Land nahm die Industrialisierung immer mehr zu. Und ich denke, da ist die Frage gestattet, gab es denn ein Bauvorhaben, auf das Sie heute noch stolz sind? Gab es Gebäude, wo Sie sagen, ja, das war kein Fehler, da habe ich Großes vollbracht? 1902 war das alte Hoftheater einem schrecklichen Brand zum Opfer gefallen. Um den Betrieb von Opern und Schauspielern Laufen zu halten, stampften wir flugs ein Interimstheater aus dem Boden. Und dann entstanden nach Plänen des Münchner Architekten Max Littmann in nur dreijähriger Bauzeit das große und das kleine Haus des königlichen Hoftheaters. Ein damals modernes, großzügig dimensioniertes Meerspatentheater, das noch heute seinen Zweck erfüllt. Und darauf bin ich wahrlich stolz. Mit dem Theater, mit dem Kunstgebäude und dem Landesgewerbemuseum machte ich Stuttgart zu einer Stadt der Künste. Wie schön, dass an den Türen des Staatstheaters noch immer meine Namensinitiale eingeschnitzt ist. Stimmt, ja. Jeden Tag komme ich dran vorbei. Es ist wirklich ein großes Glück, dass zumindest das große Haus den Krieg überdauert hat. Ja, ich finde auch mit dem geplanten Umbau zollt man der damaligen Leistung Respekt und würdigt auch den Architekten. Ja, Königliche Horat, Sie waren ja nicht nur ein begeisterter Theatergänger, Konzertbesucher, Sie haben auch persönlich gesungen. Das ist ein Leben, was ohne Kultur gar nicht vorstellbar ist. An was denn, Königliche Horat, erinnern Sie sich so noch nach so langer Zeit? Nun ja, die ungezählten Diners und einförmigen Abendgesellschaften waren mir oft öde und nur erträglich, wenn sie durch musikalische Genüsse gewürzt wurden. Wie wohltuend waren da die Konzerte und Bühnenstücke im Hoftheater. Großartig der Tannhäuser, der 1912 zur Einweihung aufgeführt wurde. Meine Frau, Königin Charlotte, weilte des Öfteren in Bayreuth, um sich von Wagners Kunstgenüssen verzaubern zu lassen. Sensationell war auch die große Strauß-Woche. Richard Strauß hatte uns die Uraufführung seiner Ariadne auf Naxos überlassen. Zur Premiere rollten Sonderzüge von Berlin nach Stuttgart. Ich ließ damals verlauten, Stuttgart wird Weltstadt. Habe ich mich geirrt? Keineswegs königliche Hoheit. Aber es kann ja nicht alles schön gewesen sein für Sie. Gibt es etwas, wo Sie sich daran erinnern, dass Ihnen nicht so gefallen hat, dass Ihre Erinnerung trübt? Das ist alles so lange her. Also, nun ja, gegen das Kronprinzenpalais. Oh. Das lag doch da in der Königstraße, oder? Wo heute der gläserne Würfel des Kunstmuseums steht. Genau. Gegen das Kronprinzenpalais entwickelte ich tatsächlich eine Abneigung. Sie nahm fast schon krankhafte Züge an, gegen die ich mit Vernunftgründen vergebens operierte. Was ich an Angst und Sorge in diesen Räumen durchgemacht, lässt sich gar nicht beschreiben. Nach dem Tod meiner wunderbaren Frau und unseres geliebten Sohnes Ulrich schien mir dort immer neues Unglück im Hintergrunde zu lauern. Wie gut war es da, dass Sie nach dem Tod Ihrer Tante, Marie Gräfin Neyperk, das eine große Erbschaft machen konnten. Plötzlich gehörte Ihnen der Wilhelmspalast und Sie machten dieses Gebäude zu Ihrem privaten Wohnsitz. Ja, in Stuttgart waren wir als junge Leute einfach nicht warm geworden. Der argwöhnische Hof, die Neugierde der Leute, schlimm. Am liebsten wählten wir die Zurückgezogenheit der Villa Marienwahl bei Ludwigsburg. Dann eröffnete uns der Wilhelmspalast neue Perspektiven. Ich ließ das damals übervolle Haus entrümpeln, ließ eine Dampfheizung einbauen und elektrischen Strom für die Beleuchtung verlegen. Äußerlich habe ich das Gebäude ja sofort wiedererkannt, aber innen überall finnische Birke an den Wänden. Vielleicht gibt es im Souterrain eine finnische Sauna. Apropos Sauna. Man sagt ja, dass es in Ihrer Jugend heiß herging. Wissen Sie, meine Studentenjahre in Tübingen und Göttingen, das waren aufregende, aber auch unbeschwerte Zeiten. Wir waren eben jung. Ich habe die Gemeinschaft in den Chors sehr genossen, Freunde fürs Leben gefunden, unsere Kneipenabende, die waren legendär. Das Fechten, die Lieder, ein Bier war natürlich auch kein Mangel, den Geruch des Kneipsaals, der noch Tage später in der Kleidung hing, werde ich nie vergessen. Entschuldigen Sie aber mein vielleicht doch etwas ungeniertes Nachfragen, dass Sie mit Ihren Chorbrüdern einen immensen Spaß hatten, dass Sie nun mit Ihnen unheimlich viel unternommen haben. Das glaube ich gerne. Aber gut aussehend, wie Sie damals waren, könnte ich mir doch wirklich vorstellen, dass Sie auch mancher jungen Frau, manchem Mädchen den Kopf verdreht haben. Die Mädchen fanden meinen opulenten Vollbart eben furchtbar aufregend. Ich war dem anderen Geschlecht ja auch nicht abgeneigt. Aber eigentlich gab es damals nur die eine für mich. Mimi Bartling. Ihr Vater war Botanikprofessor in Göttingen. Ein wirklich treffliches, hoch angelegtes Mädchen. Wir trafen bei einer Schlittenpartie aufeinander. Da ist der Funke gleich übergesprungen. Acht Jahre waren wir zusammen. Ich hatte wirklich geglaubt, dass ich Sie, die Bürgerliche, einmal zum Altar führen würde. Aber schließlich musste ich vernünftig sein und mich den höfischen Erwartungen beugen. Es durfte einfach nicht sein. Geheult wie ein Kettenhund habe ich, als mir das endlich klar wurde. Ich war mit der Welt fertig. Das ist ein trauriges Schicksal. Das kann ich mir, wenn ich so an mich denke und mir würde das passieren, das würde mich auch aus der Bahn werfen. Wie haben Sie denn diesen Liebeskummer, der Sie umgetrieben hat, aufgefangen? Was haben Sie gemacht? Geholfen. Geholfen haben mir damals meine alten Freunde. Und Abstand. Mit meinem engsten Freund Detlef von Plato, ich nannte ihn einfach Topf, bin ich für einige Wochen durch Italien gereist. Rom, Neapel, Palermo. So viele Eindrücke, das hat mich gerettet. Überhaupt, meine Freundschaften haben mich oft aufgefangen und durch manche schweren Stunden getragen. Nun und danach ging das Leben weiter. Bevor ich auf Marie traf. Prinzessin Marie zu Waldeck und Pyrmont, ihre erste Frau. Bevor ich sie traf, hätte ich nicht geglaubt, noch einmal eine solche Liebe zu finden. Sie und die Kinder, das waren wohl die glücklichsten Jahre meines Lebens. Eine ruhige, friedliche Zeit. Doch nach fünf Jahren war plötzlich alles vorbei. Zuerst musste ich meinen kleinen Sohn begraben, dann meine geliebte Frau. Nach einer solchen Katastrophe gibt es keinen menschlichen Trost. Mein Lebensmut war mir völlig abhandengekommen. Wie ich dieses Elend überstanden habe, ist mir noch immer unbegreiflich. Ja, königliche Hoheit, das ist eine unfassbare Tragödie, aber sie hatten Prinzessin Pauline. Das war ihr ein und alles. Ein alleinerziehender Vater in der damaligen Zeit und sie haben es irgendwie bewältigt. Hoher Respekt, aber könnte es vielleicht sein, dass ihre große Liebe, ihre große Sorge vielleicht ein bisschen zu sehr Pauline berührt hat und dass sie manches auch übertrieben haben. Könnte das sein? Man spricht ja heute auch von Helikoptereltern. Ah, so nennt man das nun. Gut, ich will nicht leugnen, dass die Sorge, um mein mutterloses Kind zu weilen, ein wenig übertrieben war. Ich war in ständiger Angst um sie. Als 1889 ein verrückter Kerl ein Attentat auf mich und meine Tochter verübte, war ich aufgebracht und hätte den Burschen erwürgen können, wenn ich nur daran dachte, was ihr hätte geschehen können. Zum Glück war der ein sehr mangelhafter Schütze und wir blieben unversehrt. Vielleicht habe ich Pauline auch ein klein wenig verhöhnt, aber sie hat sich trotzdem prächtig entwickelt. Ja, zweifellos und schon bald nach der Hochzeit von Pauline mit dem Erdprinzen zu Wied konnten sie sich ja auch schon über zwei Enkelkinder freuen. Der württembergische König als Großvater. Das war ein stolzes Gefühl, oh Papa meiner Enkel Hermann und Dietrich zu sein. Wie glücklich war ich, wenn sie während der Ferien bei mir am Bodensee weilten. Aber eigentlich hätte ich Pauline am liebsten für mich behalten. Als sie sich verlobte, erfüllte mich Wehmut. Dem Brautpaar zeigte ich natürlich ein freudiges Gesicht. In meinem stillen Kämmerlein blies ich aber Trübsal. Es war eine furchtbar schwere Sache, sein einziges hergeben zu müssen. Vor mir stand ein entsetzliches Vakuum. Um Gottlob war mein Schwiegersohn ein prächtiger Junge und ich konnte mit vollem Vertrauen der Zukunft entgegensehen. Mit Prinzessin Charlotte zu Schaumburg-Lippe trat 1886 dann eine neue Frau in ihr Leben. War ihre Ehe eigentlich mehr Pflicht als Kür? Ich war noch keine 40 und ohne Thronfolger. Eine erneute Heirat wurde da schon erwartet. Leider gab es anfangs unschöne Skandale und üble Nachrede. Gerüchte, die unsere ersten Ehejahre überschatteten, ja regelrecht vergifteten. Dass wir uns zu Beginn schwer taten, ist schon richtig. Wie eine Komödie hat es sich angefühlt, was wir damals vor der Welt aufgeführt haben. Gemeinsame Auftritte im Theater, demonstrative Spaziergänge durch die Stadt und kokette Scherze beim Abendessen. Die Nacht aber dann in getrennten Betten. Ich gestehe, es gab Zeiten, wo ich gewünscht hätte, ihr nie begegnet zu sein, auch um ihretwillen. Aber sie blieben ohne Skandale beisammen, bis zu ihrem Tod. 1911 wurde im ganzen Land in einer riesigen Feierlichkeit ihre Silberhochzeit begangen. Graf Zeppelin war mit seinem Luftschiff in Stuttgart unterwegs und warf vom Luftschiff aus auf das neue Schloss herab Blumenbouquets hinunter. War das alles nur Show? Show? Ich finde, wir hatten uns passabel arrangiert. Meine Frau war häufig außer Landes, hat ihre Verwandten in Böhmen besucht oder war zur Kur, während ich mit all meinen Verpflichtungen ebenfalls eingebunden war. Eigentlich hatten wir auch viele Gemeinsamkeiten. Die Liebe zum Pferd. Zur Jagd. Schließlich fanden wir uns beide in unsere Rollen ein. Die Familie wuchs zusammen, auch wenn uns die ersehnten Kinder versagt blieben. Söhne für den Fortbestand der Dynastie. Ja, königliche Hoheit, das war ein gutes Stichwort. Sie sind ja nicht nur Familienvater und Ehemann, Sie sind auch König von Württemberg. Aber im Gegensatz zu Ihren königlichen Vorgängern Friedrich, Wilhelm I. und Karl, ein König mit einer eingeschränkten Souveränität. Württemberg gehörte zum Deutschen Kaiserreich. Sie haben selbst erlebt, als Soldat im Kampf 1867, wie Preußen triumphierte, mit Sorge und Missbilligung Ihres Onkels, König Karls, wie Österreich herausgedrängt wurde aus dem Deutschen Bund. Und jetzt sind Sie eigentlich König geworden mit einem Königreich, was gut aufgestellt ist, aber Sie sind nicht König aus eigener Souveränität mehr. Wie haben Sie das gemeistert? Wie haben Sie Akzente gesetzt? Wie haben Sie regiert? Ich stand vorbehaltlos hinter der kleindeutschen Lösung unter preußischer Führung. Ich hoffte, dass es gelingen würde, etwas Definitives zu schaffen, bloß keine Halbheiten. Hinter dem Großen und Ganzen mussten die württembergischen Interessen zurücktreten. Das war aber ein riskantes Unterfangen. Die Entwicklung sollte mir aber recht geben. Als Kaiser Wilhelm I. 1876 durch Württemberg reiste, war bei uns das ganze Land auf den Beinen. Und meine biedern Schwaben zeigten sich so reichstreu als nur möglich. Es war ein Enthusiasmus, wie ich nie etwas Ähnliches gesehen. Aber welche politischen Gestaltungsmöglichkeiten blieben Ihnen überhaupt für Württemberg? Bei meinem Regierungsantritt 1891 plädierte ich für einen stetigen, besonnenen Fortschritt auf allen Gebieten des staatlichen Lebens. Im Rückblick kann ich sagen, dass mir dieses Ziel gelungen ist. Bei der Verbesserung der Infrastruktur wurde Herausragendes geleistet. Verfassung und Verwaltung wurden reformiert. Ich hatte das Glück, kluge und begabte Ministerpräsidenten an meiner Seite zu haben. Wir wussten, dass die großen politischen Entscheidungen in Berlin fielen, nutzten aber die Handlungsspielräume, die uns auf den Gebieten der Wirtschaft, der Kunst und der Kultur geblieben waren. Man munkelt ja, dass Sie und Ihr Namensvetter, der Kaiser, nicht die besten Freunde waren. Ist da was dran an diesen Vermutungen? Also so einfach ist das nicht. Wenn wir in seinem türkischen Rauchzimmer im Berliner Schloss beisammen saßen, konnte unser oberster Kriegsherr, wie ich ihn gerne nannte, von bezaubernder Liebenswürdigkeit sein. Doch er ließ mich durchaus spüren, dass er der Chef im Reich war. Sein mitunter forsches Auftreten empfand ich als theatralisch parvenuhaft. Mir kommt gerade die Kaiserjagd in Bückeburg in den Sinn, die alles Dagewesene an Qualität und Quantität übertraf. Unsere Stuttgarter Theaterkünstler waren zur allerhöchsten Belustigung dorthin berufen und ernteten viel Lob. Allerdings mussten bei den Proben drei Viertel des eingeübten Repertoires gestrichen. Zu pikant für kaiserliche Ohren. Ganz offensichtlich missfiel dem Kaiser auch die doch etwas liberale Atmosphäre in Württemberg. Aber seid Sie ehrlich, königliche Hoheit, für Wilhelm von Preußen muss es doch eine Provokation gewesen sein. Als in Stuttgart 1900, verzeihen Sie, 1907 der Internationale Sozialistische Kongress stattfand und dieser gefördert wurde durch Ihre Regierung, durch Ihre Person. Aber vor der Realität konnte ich doch unmöglich die Augen verschließen. Bei der Reichstagswahl 1907 war die Sozialdemokratie die stärkste politische Einzelkraft in Württemberg. Zwei Jahre später unternahm der Württembergische Landtag mit dem Sonderzug einen Ausflug an den Bodensee. In Friedrichshafen angekommen, empfing ich die Gesellschaft zu einem Gabelfrühstück im Schlosspark. Auch die sieben sozialdemokratischen Abgeordneten nahmen teil. Wir kamen miteinander ins Gespräch. Beim Abschied erhoben auch Sie sich von Ihren Plätzen und brachten Hurra-Rufe auf den König aus. Sie glauben nicht, welche Beschimpfungen, heute müsste man wohl sagen, welchen Shitstorm die sieben Hofgänger bei den Obersozis in Berlin auslösten. Ganz gelassen rechtfertigten Sie Ihr Verhalten. Ich sei ein persönlich sehr anständiger und liebenswürdiger Mensch, halte mich streng an die Verfassung und werde von den Mitgliedern aller Parteien geachtet. Das hatte mir imponiert. Aber dann schlitterte Europa in die Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Und am Ende waren nicht nur Millionen von Toten zu beklagen, sondern auch die politische Ordnung hat sich tiefgreifend verändert. Warum haben Sie da einfach so mitgemacht? Eigentlich wurde ich gar nicht gefragt. Noch 1913 weilte der englische Thronfolger in Stuttgart, um bei mir Deutsch zu lernen. Die Universität Oxford wollte mir einen Ehrendoktortitel verleihen. Und plötzlich waren wir im Krieg. Dass das Deutsche Reich und seine Verbündeten für eine gerechte Sache forchten, dass uns der Kampf von den Feinden aufgezwungen worden war. Davon war ich überzeugt. Seit Kriegsbeginn lag die ganze Gewalt beim Generalkommando. Ich unternahm zahllose Truppenbesuche und ließ mich trotz aller Hiobsbotschaften noch 1916 von der vortrefflichen, siegesgewissen Stimmung im großen Hauptquartier von Hindenburg und Ludendorff täuschen. Aber, Königliche Hoheit, da waren Sie schon sehr gutgläubig. Wohl schon. Wohl schon. Ich hoffte auf ein Ende des Blutvergießens. Auf Frieden. Auf die Vermittlung des amerikanischen Präsidenten Wilson, der sich dann aber als unser größter und heimtückischster Feind entpuppte. Was hätte ich tun sollen? Dass mir für den heldenmütigen Kampf der Württemberger die Würde eines Generalfeldmarschalls verliehen wurde, konnte mich nicht begeistern. Es war ein leeres Symbol. Letztlich war selbst der Kaiser seinen Militärs ausgeliefert. Ja, und dann kam das Ende. Dann kam auch für Sie die Revolution nach ihr, in Ihr geliebtes Königreich nach Stuttgart am 9. November. Sie war nicht mehr plötzlich der Hausherr in Ihrem königlichen Palais. Das war wohl der schwerste Tag in Ihrem königlichen Leben. Nicht schwerer als für unser ganzes liebes deutsches Vaterland. Zehntausende standen vor dem Vorgarten des Wilhelmspalastes. Eine Rotte drang dann ein, verlangte die Einziehung meiner Flagge und die Hissung der Roten. Während mir dies eröffnet wurde, geschah es mit Gewalt. Dann zogen sie sich allmählich zurück. Es war trotz allem eine merkwürdige Disziplin in der Masse. Unter der roten Flagge war unseres Bleibens nicht mehr und wir verließen für immer mein Heim. Abends fuhren wir nach Bebenhausen. In Autos, unter dem Schutz des Soldatenrats. Ich fuhr aber erhobenen Hauptes vorne vom Hause ab, mitten durch die Menge. Und kein Mensch belästigte uns. Erst kürzlich habe ich in einer Veröffentlichung gelesen, Sie hätten nur widerstrebend, erst am 30. November 1918, als der Kaiser und die anderen Bundesfürsten schon abgedankt hatten, hätten Sie erst auf den Thron verzichtet. Haben Sie also tatsächlich an diesem Stuhl geklebt? Nein, den Entschluss, auf die Königskrone zu verzichten, hatte ich schon am Abend des 9. November gefasst. Das Ganze verzögerte sich nur, weil ich von keiner Seite gedrängt wurde und es somit möglich war, vorher mit der neuen Regierung Verhandlungen über meine Zukunft zu führen. Das Ergebnis war dann recht befriedigend, sodass ich ziemlich frei von materiellen Sorgen in die Zukunft blicken konnte. Ja, das klingt ja jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, aber was waren denn nun Ihre Beweggründe, einen Stuttgarter Boden nie wieder betreten zu wollen? Der Abschied vom Stuttgarter Heim war für mich ein schmerzlicher Augenblick. Aber das Gefühl, nur den Verhältnissen weichen zu müssen, nicht fortgejagt zu werden aus persönlichen Gründen, überwog doch sofort. Von Kindesbeinen an war mir Stuttgart vertraut wie meine Westentasche. Nun aber gehörte ich dort nicht mehr hin und hatte einen Strich unter die Vergangenheit gemacht. Ganz ohne Groll. Eine bemerkenswerte, erstaunlich konsequente Haltung. Seit der Katastrophe wurde ich für das verlorene Reich entschädigt durch die geradezu überwältigenden Beweise alter Anhänglichkeit und Zuneigung, die uns aus allen Schichten zuströmten. Aber hat es Sie am Ende nicht doch bedrückt, dass Sie der letzte regierende Monarch gewesen sind in einer langen Kette von Grafen, Herzögen, Königen? Nein, überhaupt nicht. Ich wünschte meinem Enkel keine Krone, die mir durch 27 Jahre nur eine Dornenkrone war. Er sollte nur ein tüchtiger Mensch werden und seinen Weg durchs Leben bescheiden gehen. Eigentlich waren Sie doch durch und durch ein Monarch. Ja, mag sein. Nach dem verlorenen Krieg stand die Monarchie auf verlorenen Posten. Die Zukunft gehörte der Republik. Ich selbst ging 1919 erstmals zur Wahlurne, um meiner nationalliberalen Gesinnung Ausdruck zu verleihen. Bei alledem ist es doch aber erstaunlich, dass Sie bis heute bei den Leuten wertgeschätzt werden, dass Sie überhaupt nicht vergessen sind, in Erinnerung geblieben. Wie erklären Sie sich die anhaltende Popularität, selbst 100 Jahre nach Ihrem Tod? Eigentlich habe ich mich nie um diese Popularität bemüht und wollte schon gar nicht in den Himmel erhoben werden. Ich habe nur meine Pflicht getan und mich bemüht für meine Schwaben, wer auch immer es sein mochte, da zu sein. Wichtig war wohl meine Gabe, mich dem Volke zu nähern und mich beliebt zu machen. So bin ich als unentwegter Spaziergänger mit meinen Hunden ja fast schon zu einer Legende geworden. Verzeihen Sie, ich bin erschöpft und möchte mich gerne verabschieden. Genießen Sie noch den Abend bei Speis und Trank und stoßen Sie auch gerne auf mich an. Lieben Sie wohl. Unglaublich. Ich bin vollkommen glatt. Es war ein Erlebnis. Das werde ich nie vergessen. Nein. War das jetzt ein Traum? Es war die Wirklichkeit. Wir hätten ein Tonband mitlaufen lassen sollen. Ja. Oder zumindest Notizen machen. Oder Notizen, genau. Unglaublich. Aber Ihr Junge ist ja auch ganz toll. Er hat uns ja auch noch einen Wunsch hinterlassen. Wir sollen auf sein Wohl anstoßen. Das machen wir. Also, Erlebe hoch. Auf Wilhelm II. Und auf unsere tollen Ausstellungen, ihm zu ehren, auf das viele Besucherinnen und Besucher ins Hauptstaatsarchiv und ins Wilhelmspalais kommen. Genau. Und auf die Republik. Und auf die Republik, in der wir leben und gar nicht so schlecht. Auch auf unsere Zeit. Auf unser aller Wohl. Ost. Liebe Frau Volk. Lieber Herr Anz. Lieber Herr Lauer. Alles Gute. Ost. Lieber Herr Lauer. In der Wir sind ja auch noch ein Wohl. Sch Autumn. Timakan 1500es. Ja. Vor alles Gute. Hier kommt das Gol. App 곱ch. Sie haben die Jokerik. Und dann auch sie sich editiert. ettet. Lieber Herr Nätens.